Mix Experiment 2013, dritter Song, diesmal von Funkwerk mit dem Titel Nadine und das ist so eine Art Chill Out, Ambient, Easy Listening ähnliche Nummer und klingt im Premix momentan so. Ich habe diese Spuren hier alle bekommen, ein Schlagzeug, elektronische Art, bisschen Percussion dazu, habe ich schon alles in eine Drumgruppe rein und wie üblich die Parallel-Drum-Gruppe auch. Hier ein Bass, dann Piano, dann drei Pads, ein paar Vocals und Vocals Reverse. Ich habe mit den Spuren bisher nichts gemacht, außer dass ich alle um 9 Dezibel direkt mal leiser gemacht habe. Diese 9 Dezibel habe ich hier wieder draufgepackt, insofern könnte man sagen, man ist ungefähr am selben Startpunkt, was nicht unbedingt stimmt, weil er hier noch summiert wird. Und was mir beim Hören von diesem Mix hier aufgefallen ist, ist einfach, dass es so ein bisschen anstrengend ist, das zu hören und ich glaube, der Ziel des Songs, das Gefühl, das es vermitteln soll, ist eher so eine Entspannung. Und ich denke, das ist das, was ich versuchen will zu erreichen, dass ich den Song insgesamt ein bisschen einfacher mache, den sich anzuhören. Momentan ist der so ein bisschen anstrengend und ich glaube, der Hauptgrund dafür liegt fast darin, dass der so ein bisschen vielleicht zu sehr, zu laut gemastert wurde. Da wurde ein bisschen zu sehr auf Lautstärke vielleicht geachtet. Und ich habe das Gefühl, dass die Pads so ein bisschen eine zu starke Rolle übernehmen und dass das dann auch insgesamt den Song so ein bisschen gestresster rüberkommen lässt, als er vielleicht eigentlich ist. Und das Witzige ist, wenn man vom Premix einfach auf die Spuren geht, so wie sie sind, keine Lautstärkenänderung und alles, hat man schon tatsächlich das Gefühl, dass eben mehr Entspannung eintritt. Wenn ich das hier auf Bypass stelle, hören wir den Mix, wie er bisher ist und wir werden feststellen, dass da irgendwie plötzlich mehr Luft ist. Und genau das möchte ich versuchen zu verstärken. Das heißt, viel Dynamik versuche. Also ich werde versuchen, Elemente sehr leise zu machen und andere vielleicht etwas lauter. Und ich denke, weil diese Spuren jetzt alle noch trocken sind, also kein Hall, kein Delay oder solche Geschichten, ich denke, so ein bisschen Atmosphäre müssen wir auch irgendwie versuchen zu erzeugen. Okay, wir hören erst mal jetzt gleich den Mix, wie er ist und achten mal auf das Gefühl, das wir haben. Alles klar, dann denke ich, können wir langsam mal loslegen. Fangen wir doch direkt mit den Pads mal an. Dafür mache ich das Piano mal aus und wir hören mal alles mit Pads. Und die sind beide quasi sehr breit, aber beide in der Mitte und ich probiere jetzt einfach mal links und rechts. Mal gucken, was passiert. Dadurch verlieren wir so ein bisschen an Breite, habe ich das Gefühl. Deswegen probiere ich es mal so. Das heißt, ich packe jetzt den, alles, was ich gerade gemacht habe, ist einfach nur bei einem Stereo-Signal den rechten Kanal ausgemacht sozusagen und nur noch links laufen lassen. Und andersrum wäre jetzt links außen der rechte Kanal offen. Wenn ich das mit diesem Combined-Dingensen mache, dann kann ich den rechten Kanal einfach auch auf die linke Seite packen. Dazu sozusagen. Das heißt, es wird jetzt insgesamt wahrscheinlich ein bisschen lauter sein hier. Wenn ich so diese Nummer mache, muss ich allerdings dafür sorgen, dass die so ein bisschen Spektralbalance haben, links und rechts, weil was ich damit meine, ist, das linke Pad hat ein bisschen mehr Mitten- und Tiefenanteile, glaube ich. Und das ist eher so dünn. Das heißt, wenn ich die tatsächlich so verteilen möchte, ich weiß nicht, ob ich es tatsächlich auf möchte, muss ich dem einen ein bisschen was wieder an, ich weiß auch nicht, an Gewicht geben. Proviere Zon-Zon. Musik Okay, das gibt uns auf jeden Fall schon mal so einen gewissen Grund, auf dem wir arbeiten können. Ich denke, ich mache mal in der Richtung weiter. Ich hoffe, ich verrenne mich jetzt nicht direkt mit der Aktion. Musik 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 Okay, das Pad übernimmt so ein bisschen die Höhen, steht aber auch alleine. Das heißt, ich kann es nicht zu sehr ausdünnen, wie ich jetzt erstmal im ersten Moment wollen würde. Aber ich kann das einfach versuchen, noch so ein bisschen zu verstärken, diesen Höhenanteil. Musik Naja, klingt zu synthetisch. Ich glaube, ich nehme eher irgendwie, ich weiß auch nicht, vielleicht aus den Mitten was ran. Musik Musik Und hier könnte man jetzt mal versuchen, den einfach in die Mitte reinzuballern. Und dann einfach ganz dreist gucken, ob das irgendwas ausmacht. Musik Ja, das macht gar nichts. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, ich denke, wir müssen dann langsam auch mal direkt mit Hull anfangen, damit wir hier so ein bisschen Atmosphäre noch auf die Pads kriegen. Okay, für Hull bemühen wir mal unseren ersten Effect Return und versuchen uns mal einen aus. Ich würde mal spontan den hier versuchen. 100% wet. Wir schicken einfach mal alle von diesen Pads dahin. Gehaltener Shift Alt Taster, alles okay. Wir hören einfach mal. Jetzt wir mal ein paar Lorbe ab. Amen. Amen. In Cubase gibt es die Möglichkeit, wenn man unter F4 das Studio hier benutzt, dass man einen Listen-Schalter aktivieren kann und der hört einfach direkt Post-Fader in den Kanal hier rein. Das wird man jetzt allerdings auf dem Stereo-Out, der aufgezeichnet wird, aufs Video nicht hören. Das heißt, wenn ich hier draufklicke, höre ich jetzt für mich solo den Hall. Okay, ich wollte einfach nur mal hören, was die Modulation hier macht. Also ich kann nicht so viel merken, ganz ehrlich. Liegt vielleicht daran, dass es einfach Pad-Signale sind, die so ein bisschen attacklos sind. Aber ich denke, so ist es ganz okay. Okay. Was ich jetzt ausprobieren möchte, geht so ein bisschen übers Mischen hinaus, weil ich möchte eigentlich den kompletten Groove des Songs so ein bisschen ändern, indem ich die Drums anders quantisiere und zwar mit einem bisschen Swing, weil ich das Gefühl habe, dass der dann vielleicht einfach so ein bisschen, ich weiß auch nicht, ein weniger steifes Gefühl vermittelt. Und das probieren wir doch direkt mal an den Hi-Hats aus, weil die haben 16. hier, wenn mich nicht alles täuscht. Und daran kann man ganz gut den Groove irgendwie mal ausprobieren. Die gehen momentan straight. Und wenn ich das auswähle und dann Return klicke, dann sind wir hier in diesem Editor-Fenster. Und hier unter dem Tab Hit-Points kann man einfach mal Edit-Hit-Points klicken. Dann werden die Hit-Points analysiert. Und das sieht dann in etwa so aus. Dann kann man hier noch einstellen in Threshold, falls man irgendwie zu viel oder zu wenig hat. Das sieht allerdings ziemlich gut aus hier. Hier fehlt einer. Ne, hier ist nichts. Und dann kann man entweder Slices kreieren. Das heißt, dann würde alles, was hier zerschnitten wird, in einem Audio-Part landen. Das ist nochmal ein Container um die Audio-Events rum. Oder man macht einfach direkt Events. Ich mache hier mal Slices. Insofern habe ich jetzt hier ein Audio-Part, der ziemlich lang ist, warum auch immer. Weil sich hier irgendwas verschoben hat, merkwürdigerweise oder so. Keine Ahnung, was hier genau passiert ist gerade. Die Heiz fangen eigentlich hier an. Okay, insofern hat das nicht wirklich gut funktioniert. Machen wir STRG Z. Nochmal STRG Z. Versuchen das Ganze nochmal. Er macht wieder dieselbe Nummer. Ist also ein Bug. Sehr gut. Dann machen wir einfach Events. Jetzt sollte er nichts gemacht haben, außer eben Events erzeugt haben, aber keine Audio-Parts. Und das würde bedeuten, wir könnten das hier eigentlich direkt mal löschen. Hier ist nichts drin. Ich hoffe, er hat jetzt sonst die erste Hi-Hat nicht weggenommen hier. So, mal gucken wir nochmal. Ne, hat er nicht. STRG Shift Z ist übrigens das Gegenteil von STRG Z. Da kann man Sachen wieder rückgängig machen, die man rückgängig gemacht hat. So, was ich jetzt machen kann, ist die alle auswählen und dann hier das Quantize-Panel aufmachen. Und einfach mal vielleicht ein bisschen Swing einstellen hier. Ja, auf 30 oder so. Und sagen Quantize. Und dann sehen wir hier, dass sich so ein bisschen was ändert wahrscheinlich. Boom. Und jetzt haben wir hier schon einen Swing drin. Ich würde sogar noch mehr machen. Oh, 40. Gratisieren. Ja, das hört sich für mich irgendwie ganz cool an. Ich mache mal Auto an. Und wenn ich jetzt hier den Swing wieder auf 0 runterziehe, dann werden wir innerhalb, wenn ich Play drücke, einfach hören, wie sich das Feeling verändert. Von ein bisschen statisch, ein bisschen steif zu vielleicht ein bisschen lockerer. Und so. Und ich denke, das ist ja das, was wir erreichen wollen. Mal gucken, ob es funktioniert. Ich denke, 40 ist okay. Das ist nicht zu extrem alles. Dasselbe Nummer müssen wir jetzt dann eigentlich natürlich auch mit den anderen Drums machen. Mal gucken, wo noch überall 16er mit drin. Also auf jeden Fall schon mal in den Drums. Und zwar hier. Das heißt, da müssten wir Swing drauf bringen. Und dann haben wir, glaube ich, auch Snares. Gerade gucken. Ja, das sind auch 16er. Kann ich sehen, indem ich jetzt hier auf 16 Quantisierungen natürlich bin. Und dann, wenn ich das Gitter angemacht habe, dann springt ja unser Cursor hier sozusagen immer an die dementsprechende nächste Stelle. Und wenn hier zwei Sachen innerhalb von einem Schritt sozusagen passieren, dann sind sie genau in diesem Raster. Konnte man das nachvollziehen? Ich hoffe doch. Und hier, was haben wir hier? Das sieht mir auch stark danach aus, als sei das im Raster. Also wir haben noch einige Spuren sozusagen zu machen. Hier haben wir auch. Ja, also würde ich sagen, Kicks. Ne, auf jeden Fall. Fangen wir doch mal mit der Kick an. Auswählen, Return, Hitpoints sind schon ausgesucht. Sehr gut. Sieht so aus, als hätte ich das Video schon mal gemacht. Ich gucke, ob wir irgendwie doppelt ausgewählte haben. Ne, sieht alles gut aus. Also nehmen wir Create Events. Und dann können wir wieder diese Teile wegschneiden. Das ist ziemlich cool. Wobei ich da immer das Gefühl habe, wir schneiden... Ja, wir schneiden tatsächlich da was weg. Nicht gut. Okay. Alles wieder rückgängig. Und ich muss eigentlich auch hier alles rückgängig machen. Bis ich alle meine Teile wieder habe. So, jetzt auswählen. Quantisieren. Okay. Gut, gut, gut. Man muss immer ein bisschen aufpassen hier. So. Enter. Dingens und Bommensen. Create Events. Sieht gut aus. Und quantisieren. Hat das was gemacht. An den Stellen, wo wir hier... Ja. Wo wir die 16. haben, hat es auf jeden Fall was gemacht. Das ist schon mal gut. Das heißt, die Drums sind jetzt auch im Groove. Das heißt, wir machen jetzt mit den beiden Snares. Mal gleichzeitig. Die sind jetzt beide sozusagen hier in diesem Editor geöffnet. Zwar nicht hintereinander, aber in diesem Ding hintereinander. Das heißt, hier kann ich die auswählen, die ich einzeln nehme. So. Äh, Hit Points schon gemacht. Klar. Äh, Events. Lass mal gucken, ob wir irgendwo Scheiß am Laufen haben. Nope. Sieht gut aus. Alles klar. Events. Jetzt sind wir in einem anderen Ding drin hier, hoffe ich. Ah ne, jetzt haben wir tausende von den Snares 1. Gehen wir mal auf Snares 2. Und sagen Events. So. Jetzt sollten wir die alle schon gesplittet haben. Und jetzt drücke ich Q. Und wir sehen hier, hat sich ein bisschen was getan. In Sachen Groove. Alles klar. Die Aktion mache ich jetzt noch für diese ganzen Sachen. Also das sind jetzt keine Sechzehntel gespielt oder so. Aber diese, diese Percussions liegen auf jeden Fall auf einer Sechzehntel Note, die im Swing verschoben werden müsste. Deswegen muss die auch mit dabei sein. Genauso wie hier. Hier haben wir auch wieder eine, die im Off ist sozusagen. Und hier auch. Das heißt, die Spuren müssen wir auf jeden Fall auch mitnehmen. Aber hier sehen wir, funktioniert das mit dem Detektor nicht so ganz geil. Da haben wir zu viele. Oder ist das auch in der Tatsache? Ne, das ist eine. Wir gehen auf Solo. Ja. Heißt, wir gehen mit der Sensitivität ein bisschen hoch. Dass er nicht mehr so ganz sensibel ist. Das sieht gut aus. Alles klar. Events. So, raus aus der Nummer. Alles selektieren. Ja, und Q drücken. Da hat sich ein bisschen was getan. Gucken wir mal hier, was wir mit den Crashes haben. Die sind immer auf einer sehr großen Taktanzahl, sag ich mal. Immer auf einem Takt sogar. Das heißt, da müssen wir groovmäßig nichts dran machen. So, das heißt, wir sollten jetzt eigentlich unsere komplette Rhythmus-Sektion, vielleicht mit dem Bass, muss ich gleich nochmal gucken, sollten wir jetzt in unserem Swing-Groove haben. Und wir können mal gegenhören. Ich habe mir hier dieses Plugin, wo wir unseren Premix durchrouten, habe ich mir hier in die Ecke runter gemacht, damit es mich nicht stört, aber ich immer den Button hier erreichen kann, relativ schnell, ohne in den Mixer gehen zu müssen. Hier kann ich jetzt immer ganz schnell hin und her switchen zwischen dem Premix und unserem momentanen Stand. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Aber das Schöne an der Sache ist, dass wenn uns das jetzt zu viel Groove oder zu wenig Groove ist, können wir alles selektieren und dann hier auswählen, ob wir weniger oder mehr haben wollen. Ich tendiere gerade zu weniger. Ja, das sieht cool aus. Und ich denke, was ich jetzt machen werde, ist, dass ich das hier einfach so ein bisschen sauberer mache. Dazu gehe ich mal hier hin und sage, ich möchte alle auf vier Reihen in der Größe sehen, damit ich hier auch schön sehe, was abgeht. Und dann werde ich rauslöschen, was wir nicht brauchen. Hier kann ich die Aktion mit Advanced Detect Silence machen. Okay, ist das schon mal schön sauber. Selbe Aktion können wir eigentlich hier mit diesen allen machen. Ja, würde ich mal sagen. Machen wir das noch alles. Das mache ich jetzt offline. Und wir sehen uns im nächsten Video. Um diesen Swing-Groove-Effekt zu verstärken, habe ich mir überlegt, kann ich noch was anderes ausprobieren. Und zwar auf der Hi-Hat mit einem Tremolo. Mit der Wellen vorm Rechteck. Und Geschwindigkeit Achtel, würde ich sagen. Probieren wir mal. Ich versuche jetzt gerade, einen von den Hi-Hats immer auszukriegen und die andere an. Dazu muss ich das wahrscheinlich ein bisschen hin und her schieben, wegen unserem Swing. Aber das ist schon gut. Genau die richtige, die ich sogar wollte. Und die möchte ich jetzt, also das ist quasi die Verschobene, müsste es sein. Die möchte ich jetzt in der Lautstärke ein bisschen leiser machen, dass wir jetzt so noch ein bisschen mehr, weiß auch nicht, mehr Rhythmus, Groove-Gefühl bekommen. Ich probiere es mal genau andersrum. Und zwar die Off. Muss das 180 oder 360? Das sind ja nur 180. Ich drehe die Phase um 180, das heißt, ich schiebe das einfach quasi so. Das ist das, was ich gerade gemacht habe. Und jetzt müssten genau die anderen Hi-Hats an sein. Finde ich fast sogar geil. Vielleicht, ich denke, wir lassen es mal so. Was man mit der Hi-Hat auch noch machen kann, ist, dass man die so ein bisschen aus der Mitte rausholt. Dafür kann man diesen komischen Links-Rechts-Delay-Trick mal anwenden. Das bedeutet, dass man die Hi-Hat links oder rechts einfach ein bisschen delayt. Und das ergibt dann so eine Art Steho-Gefühl. Allerdings muss man dabei ein bisschen aufpassen, weil die ganze Sache nicht immer Mono-kompatibel ist, beziehungsweise nicht immer in Mono gut klingt. Manchmal passieren dann flangige Sachen und so weiter. Womit man auf jeden Fall rechnen muss, ist, dass die Attack insgesamt ein bisschen drunter leidet, dass sie nicht mehr so ganz präzise ist. Was in dem Fall vielleicht ganz gut ist, weil wir das so ein bisschen dann weicher machen und entschärfen. Dafür muss ich das Delay hier so ein bisschen umstellen. Und zwar möchte ich, dass nur die, was weiß ich, rechte Seite delayed wird. Das würde bedeuten, das trockene Signal kommt nur links und das delayed Signal kommt nur rechts. Ich möchte kein Feedback haben. Das heißt, ich möchte nur eine Wiederholung haben. Ich möchte das nicht gesynkt zum Tempo haben und ich möchte das wirklich sehr klein haben. Was weiß ich, 7 Millisekunden. Und dann werden wir uns das direkt mal anhören. Hören wir noch nichts, weil wir hier noch Filter anhaben. Wir müssen aus. So, und wir sehen es auch hier am Analyzer. Was ich allerdings ganz gerne dabei mache, ist, dass ich beim Monitor-Controller hier auf Mono schalte. Das hört ihr allerdings jetzt nicht, deswegen mache ich es diesmal ein bisschen anders. Dann nehme ich ein Utility-Plugin. Und hierher kann ich mir quasi eine Art Mono-Mix erzeugen, wenn ich das linke Signal in die Mitte packe. Und das rechte Signal auch. Und jetzt haben wir hier wieder ein Mono-Signal. Und können den Unterschied mal im Mono anhören. Wir verlieren auf jeden Fall unsere Tag hierbei. Aber das ist nicht unbedingt schlimm jetzt ausnahmsweise. Ich gucke mal, ob wir es ein bisschen besser hinkriegen können, indem ich hier ganz leicht einfach das Delay verändere, während wir im Mono hören. Und bei so kurzen Signalen kriegen wir jetzt schon eine Art Doppel-Attack sogar bei zwölf Millisekunden. 6 Millisekunden scheint für mich jetzt ganz gut zu sein. Mal gucken, ohne Mono-Macher. Okay, ich möchte den Effekt nicht ganz so breit haben, deswegen mache ich das vielleicht mal so. Ja, das kann man sich anhören. Ich weiß nicht, wie CA-2. Bis zum nächsten Mal. Kommen wir ganz kurz mal zum Bass. Da würde ich gerne ein bisschen mehr, ich weiß auch nicht, Bottom haben. Deswegen ganz klarer Fall für den Voice of God. Und ich stelle hiermit die Frequenz ein und hiermit die Amplitude, wie der Bass sozusagen verstärkt wird. Oder die Resonanz des Low Cuts, kann man sagen. Hier ist die Frequenz des Low Cuts, hier ist die Resonanz des Low Cuts. Ich suche erst mal eine gute Frequenz. Dazu booste ich das hier sehr laut, damit ich höre, was los ist. Das scheint ein ganz guter Punkt zu sein und jetzt gehe ich mit der Amplitude runter und gehe dann nach oben, um zu hören, wie es im Song kommt. uwagę. Musik Musik Ohh Musik 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 Lassen wir es einfach mal so. Ist wahrscheinlich ein bisschen viel, aber momentan finde ich es cool. Deswegen soll ja auch ein bisschen mir Spaß machen, lasse ich das erstmal nochmal so extrem drin. Was ich jetzt noch versuchen will zu verbessern, ist das Zusammenspiel zwischen Kickdrum und Bass. Und deswegen würde ich vielleicht diesmal hier sogar eine Ausnahme machen und die Kick aus der Drumgruppe rausnehmen. Und stattdessen mit dem Bass zusammen in eine Gruppe schicken. Ja, das probieren wir doch einfach mal aus. Wir haben nichts zu verlieren hier. Und die könnten wir dann theoretisch eigentlich auch mal in die Drumgruppe reinschicken. Die Bassgruppe meine ich. Also sozusagen mit dem Bass. Mein Gott, heute ist wieder Deutsch eine schwere Sprache für mich. Ja, Multitasking unfähig. Reden und machen unmöglich. So. Bass und Kick zusammen. In dieser Gruppe, die dann in die Drumgruppe geht. Und auch in die Parallelgruppe einfach so. Weil es Bock macht. Und ich sehe aber noch nicht, dass wir die überhaupt benutzen, ehrlich gesagt. Mal gucken. Dafür nehmen wir hier natürlich die Kick wieder raus. Alles klar. So. Und ich würde sagen, ich probiere einfach mal aus, den Little Laps Voice of God in die Bassgruppe reinzumachen, damit die Kickdrum dasselbe abbekommt. Vielleicht hilft das ein bisschen besser. Ist nicht schlecht. Muss ich aber ein bisschen kontrollieren, irgendwie mit einem Kompressor würde ich sagen. Bin ich ziemlich sicher, dass der ganz geil funktioniert. Na ja, weil manchmal, wenn die Kick mit dem Bass eben phasenmäßig gut zusammenspielt, dann haben wir plötzlich einen mega Peak am Start. Und das sehen wir auch hier an der Kompression, die dann wesentlich stärker ausschlägt. Und manchmal, wenn Bass und Kickdrum sich phasenmäßig so ein bisschen eben auslöschen, haben wir weniger Punch und Attack und so weiter. Und der Kompressor sorgt dafür, dass das alles so ein bisschen gleicher bleibt, würde ich sagen. Bisschen längere Attackzeit, damit die Kicks nicht ganz so knackig wird. Ich weiß auch nicht. Kick und Bass ist irgendwie eine schwierige Sache hier gerade für mich. Wo haben wir denn unseren Thomas Mund? Da ist er. Ich werde die Peaks mal ein bisschen versuchen einzudämmen jetzt. Ich werde die Peaks mal ein bisschen versuchen. Na, da werde ich mir was anderes anlassen müssen. Okay, ich werde die ganze Sache hier wieder auftrennen. Ich packe das hier beides mal auf die Bassspur. Diese Basskickdrumspur lösche ich. Bass kommt wieder hier hin. Stereo out. Kick. Zur Drumgruppe. Und zur Paralleldrumgruppe. So. Somit haben wir wieder Bass und Kick getrennt. Bass lasse ich so, wie es ist. Und bei der Kick packe ich einfach auch die beiden mal hier hin. Allerdings werde ich hier meine andere Frequenz suchen vermutlich. Gucken wir mal, wo wir komprimieren. Arnold nhizeug. Und ich war jetzt noch mal. Tschüss. 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 Aus. Ok, jetzt haben wir die beiden schon mal einigermaßen so fett, wie ich sie gerne hätte und jetzt werden wir hier mit Sidechain-Komprimierung einfach die Kick freistellen, dann habe ich es einfacher mit den, mit den, mit den Attacks hier. Dazu bemühen wir doch mal die Spektral-Dynamics hier. Sidechain an, Sidechain an, Kick schickt in den Sidechain. Dann nehme ich gerne mal den letzten, warum auch immer. Sidechain Prefader Sidechain Prefader Naja, da brauche ich irgendwie eine schnellere Release-Zeit, deswegen nehme ich da einen anderen Kompressor. Ich möchte es unauffällig machen, ich möchte die Kick einfach freistellen, deswegen nehmen wir den hier mal vielleicht optisch, der Released ja am schnellsten, habe ich immer das Gefühl. Sidechain an, Sidechain schicken. Sidechain Prefader Sidechain Prefader Ich denke so ist es okay, so wird man es nicht hören vermutlich. Sidechain Prefader Ich denke so ist es okay, so wird man es hören. Ich denke so ist es okay, so wird man es hören. Ich denke so ist es okay, so wird man es hören. Ich denke so ist es okay, so wird man es hören. Eventuell hier noch ein bisschen EQen. Was vielleicht auch noch Sinn machen würde ist, wenn ich das Piano ein bisschen einschränke in dem Frequenzbereich, dass es benutzen darf. Weil das ist momentan sehr sehr breit, das klingt das Solo natürlich sehr geil, sehr fett, sehr tiefenlastig und höhenlastig und so. Aber um das vom Bass ein bisschen abzutrennen, würde ich mal versuchen, einfach mit einem Filter, vielleicht mal mit einem Low Cut hier so ein bisschen die tiefen Frequenzen rauszunehmen. Das ist ja, das ist ja, das ist ja. Das ist ja, das ist ja. Und jetzt steht der Bass auf jeden Fall wesentlich frei, oder? Jetzt kann man noch einen zweiten Filter nehmen, vielleicht mal einen High Cut. Okay, somit haben wir dem hier einen Bereich gegeben und gucken mal, wie es im Mix ist. Musik Musik Hat auf jeden Fall den Mix um einiges aufgeräumter gemacht, würde ich sagen. Dann habe ich noch ein Experiment mit einem Bass vor. Und zwar möchte ich den Höhenanteil des Basses irgendwie im Stereo-Bild breiter bekommen. Momentan ist der ganze Bass ja komplett Mono. Und um das zu erreichen, dupliziere ich hier einfach mal die Spur. Und insertiere dann in einem Kanal erstmal ein Multi-Band Plugin. Ich nehme ganz gerne dafür den Tremolo. Ich sage, dass der Effekt 0% ist. Ich mache noch ein Band dazu. Ich sage auch hier 0% Effekt. Okay. Und höre mir mal die Trendfrequenz an, nachdem ich hier bei Settings auf Linear Phase gehe, weil ich möchte keine Phasenscheunereien im Frequenz-Crossover-Bereich den ganzen Namen. Dann werde ich hier das hohe Band nach Solo stellen. Das heißt, wir haben jetzt hier das hohe. Dann gehe ich in den Mixer, kopiere das hier rüber. Hier sagen wir das hohe hat Solo. Hier sagen wir das tiefe hat Solo. Und dann als letzten Effektslot vor dem Fader, den wir noch übrig haben, können wir mal den Expander ausprobieren. Mal im Mixer, ob das Sinn macht. Der Dr. Der Dr. Dien De in den Ja, ich denke ich nehme es einfach nur das Plugin in die Spur rein und die ganze Nummer hier mit dem Duplizieren und so weiter ist Quatsch und lassen wir weg. Eine andere Sache, die ich mit dem Klavier noch machen wollte, oder zumindest mal aus probieren, ist, dass ich das Klavier so ein bisschen enger im Mix darstelle. Das heißt, linke Seite ein bisschen nach innen ziehe, rechte Seite ein bisschen nach innen. Und was ich mir davon erhoffe, ist einfach, dass die Pads so ein bisschen besser getrennt sind vom Klavier. Und momentan ist alles so ein bisschen breite Matsche und wenn ich das Piano nach innen reinziehe, dann haben wir quasi die Pads umarmend quasi, diesen Hörer umarmend und das Piano aber schön vor einem. Und das versuchen wir mal, ob man damit einfach diese Wirkung erzielen kann. Das ist die Piana. Das ist die PNV-Lw-Lw-S Ja, finde ich gut. Lassen wir erst mal. Dann möchte ich mal was mit einem Multi-Tap-Delay ausprobieren auf dem Piano, deswegen 2. Effect-Return nennen wir das Delay und da besitze ich nur eines von und das ist das hier, also Multi-Tap-Delay, nicht Tab-Delay habe ich noch mehr, aber okay und was wir hier machen können, irgendwo ist das Tab-Pad, wenn ich hier einfach einen Rhythmus draufklicke, dann werden sich diese einzelnen Delays, wenn ich die gleich anschalte, eben genau in diesem Tempo einstellen und ich gucke einfach mal, ob ich mit irgendwas Coolem aufwarten kann. Ich glaube, den ersten muss ich einmal so drücken und danach kommen die Delays, bin ich sicher. Ich probiere einfach mal ein bisschen rum und ihr habt die Ehre, das mit anzusehen zu müssen. alles klar Okay, das möchte ich ausprobieren, also das Delay soll sein, äh, ding, 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 das habe ich hier gerade quasi gedrückt, so klick, 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 klick. Ich bin gespannt, was passiert, wenn ich das Piano hier tatsächlich mal hinschicke. Das ist nicht ganz das, was ich wollte, wir probieren das nochmal. Okay, probieren wir jetzt mal. Das sieht schon mal nicht, das hört sich schon mal nicht so verkehrt an. Ich denke, ich werde damit noch ein bisschen länger rumspielen, das Prinzip hat man verstanden, ähm, ich komme wieder, wenn ich irgendwas brauchbares gefunden habe. Okay, ich habe es jetzt nicht mit dem Pad, also mit dem Pad habe ich es grob voreingestellt, dann bin ich auf Sync gegangen. Das heißt, das Plugin wird quasi zum Takt gesynkt und wenn man hier auf das einzelne Delay jeweils drauf geht, dann sieht man hier oben auch drei Sechzehntel, sechs Sechzehntel, neun Sechzehntel, äh, neun Sechzehntel. Das sind quasi diese Triolen nicht gemacht, das heißt, dün, 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 und dann haben wir hier zwölf, das ist die letzte Triole, und dann, äh, dreizehn, das heißt, hier ist nur ein Sechzehntel dazwischen, das heißt, es geht dün, 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 dün. Das ist das, was ich jetzt hier erreicht habe und das Schöne an diesen Delays ist, dass ich jetzt hier wirklich einzeln irgendwelche Filter und Panoramaeinstellungen machen kann. Was ich aber vorher machen möchte ist, ähm, ich möchte nicht alles immer da hinschicken, weil das wird sonst ein bisschen sehr durcheinander, sondern eigentlich möchte ich immer nur die erste Note da hinschicken, also immer nur den ersten. Genau das. Ähm, und das geht, indem ich hier vorne dran, vor dem Delay ein Tremolo drauf packe, mit einer Custom Shape, die werde ich gerade mal einstellen, wobei wir können auch einfach, äh, den Step Sequencer nehmen. Und wenn ich sage, hier, das ist alles, was ich haben möchte, ich klicke OK, ich mache ein bisschen Smoothness rein, damit die Kanten hier nicht so scharf sind. Schiebt dann allerdings die Kurve ein bisschen noch da, damit wir hier auch schön den Anfang drauf haben, mit schöner Tag. Und dann machen wir mal das, äh, ich würde sagen, ist das einbarte? Mal gucken. Und wir hören einfach erstmal, was hier durchkommt. Das heißt, das hören wir dann lauter. Das ist immer noch zu lang. Das heißt, ich nehme hier vielleicht eine andere Wellenform. Nehmen wir mal die hier vielleicht. Geht nicht. Gucken wir mal, wie das klingt. Mache ich Delay wieder an. Ich mache das Delay mal ganz laut, um es zu hören. Cool. Und die kann ich jetzt, was weiß ich, irgendwo balancemäßig verteilen. Machen wir einfach mal irgendwas. Gehen wir einfach immer weiter raus. Warum nicht? Machen wir Filter an. Und Filtern. Oh, ich würde sagen, mal von oben nach unten mal ausprobieren. Das ist ein bisschen zu tief. Weniger große Schritte. Wahrscheinlich ist es natürlicher, wenn wir von unten nach oben gehen. Okay, dann möchte ich in der Lautstärke auf jeden Fall runtergehen. Den ersten lassen wir gleich und dann die letzten werden leiser. Okay, und jetzt gucken wir mal, was passiert, wenn ich das hier in unseren Hall reinschicke. Das kommt mir alles noch ein bisschen zu sehr gehetzt, deswegen werde ich vor allen Plugins... Ne, nach dem Tremolo noch ein Delay reinsetzen. Und zwar einfach nur ein Delay, was das gesamte Signal einfach noch ein bisschen nach hinten verzögert. Da würde ich sagen, nehme ich Utility. Gott, wo haben wir es hier, mein Delay? Millisekunden. Gehen wir mal auf 60 oder so. Gucken, wie ist es jetzt vom Feeling her... Ja, und ich möchte da einen anderen Hall... Ich überlege, ob ich den nicht vielleicht komplett verhalle. Probieren wir mal den hier. Mixvolle Pulle, mixvolle Pulle. Doppelt so schnell. Oder diesen Part hier noch kommen lassen, das wäre doch auch eine Idee. Ja, so kriegen wir auch immer noch die Tiefe. Das geht ja... Das wird jeweils den Hohen und den Tiefen eben kriegen. So. Ich bin nicht zufrieden mit dem Ding. Ich guck mal, was passiert, wenn ich es in eine Richtung wegpenne. Das Ding hier hat sogar einen eingebauten Hall. Probieren wir den nochmal. Ich werde da noch tagelang dran rumschrauben können, aber ich bin nicht sicher, ob es mir im Endeffekt gefällt. Deswegen mache ich das Video jetzt aus und nach dem Video ist es entweder noch drin oder halt weg. Wir sehen uns. Okay, ich habe jetzt hier hinter noch ein EQ gesetzt mit einem Low Cut und 600 Hz raus. 1,6 kHz raus. Ich bin aber absolut nicht zufrieden mit dem Effekt. Klingt momentan so. Deswegen werde ich den ausmachen. Ich habe hier wieder zurück auf Time und konnte dann hier quasi mit Millisekunden Feinjustieren. Deswegen habe ich da hier noch so ein bisschen Swing oder Groove reingemacht. Die ein bisschen Delayed und so weiter und so fort. Aber, und noch hier Drive dazu, ne, hier Drive dazu gemacht und anstatt einem Band Pass habe ich einen Low Cut. Da habe ich tausend Sachen ausprobiert. War alles nicht so geil irgendwie. Deswegen machen wir ganz simpel das Utility. Machen wir wieder raus. Ich nehme einfach Timeless. Mach ein triolisches, ganz billiges Delay. Trockenes Signal brauchen wir nicht. Wir haben hier einen schönen Filter. Dann können wir ein bisschen an der Seite. Auch hier mache ich das Offset klein ein bisschen mehr, dass es ein bisschen langsamer wird, je mehr Wiederholungen kommt. Dann werde ich das Tremolo hier entschärfen. Ich habe übrigens hier auch diese eine Stufe rausgenommen. Ich weiß nicht, ob das noch im Video war oder erst später. Das heißt, verstärkt wird der erste Ton Delayed und danach der Rest kommt ein bisschen schwächer hier durch und wird deswegen schwächer Delayed. Das heißt, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bisschen mehr Feedback. Und ein bisschen alles nach rechts pan. Ah, auch jetzt bin ich nicht zufrieden. Oh, ich glaube, heute ist kein Tag, wo ich es habe. Ich glaube, ich sollte aufhören. Die theoretische Idee ist nicht schlecht, aber irgendwie klingt es nicht. Probieren wir Dimension D. Einfach aus Planlosigkeit. Okay, keine Spielereien mehr. Wir konzentrieren uns aufs Wesentliche. Ich kill den ganzen Quatsch wieder raus. Das Wesentliche sind die Drums. Also machen wir ein Early Reflections-Hall hier drauf. Nehmen wir den Äther und schalten alles aus, was mit Reverb zu tun hat und lassen nur noch Pre-Delay bzw. Early Reflections an. Das machen wir alles wieder rückgängig. Zack, so. Was schicken wir da rein? Da schicken wir rein. Kick, Snare, Hi-Hat, Crash. Da schicken wir alles rein. Shift-Alt. Go. Gucken wir mal. Ach, ich hab da gute Presets. Let's go. Kick nehmen wir raus, Snare, Snare lassen wir drin, Hi-Hat, Blah, bisschen Percussions, bisschen mehr. Gut, dann auf den Vocals war am Anfang, also auf dem Premix, eine Art Delay. Muss mal kurz überprüfen. Ich glaube, es war ein Viertel-Delay. Halb. Okay. Nennen wir hier Delay. Timeless, auf Halb, Vocals, das hier, wo sind wir hier? Und ein Halb dahinter. Nehmen wir doch mal den hier. Was haben wir da schönes? Kathedrale. Na, gefällt mir nicht. Gefällt mir auch nicht. Wir nehmen auch das Original, bisschen auf den Hall drauf. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Wir haben noch mehr Vocals, sind hier. Das selbe noch. Copy, paste. Die Vocals können wir ruhig ein bisschen lauter machen, beziehungsweise ich mach's hier. Hier, ein bisschen mehr. Den gebe ich weniger Delay und mehr Hall. Ein bisschen weicher. Und natürlich Hall. Und natürlich Hall. Und da könnte man eine kleine Automation fahren. Jetzt überlege ich gerade, wie ich es am besten mache. Ich glaube, Melder Productions hat ein Stereo Expander Tool. Das ist nicht genau das, was ich suche. Also, ich will einfach diesen Sound hier quasi aus der Mitte jeweils nach außen bringen. Also von genau zwischen den zwei Lautsprechern auf jeweils die linke und die rechte Seite. Ich will es einfach breiter machen, je lauter der Sound wird. Punkt. Punkt. Nehmen wir, was weiß ich, von Steinberg. Steon Harns, ich glaube, der macht auch Mono. Naja, sehr gut. Punkt. Punkt. Das ist ganz geil. Nehmen wir mal auf. Punkt. 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 Ich gehe auf eine ganze Note, Snapping, drücke die zwei zum Selection Tool. Nehmen wir mal diese drei, Steuerung C für Copy. Und dann Paste, 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 Paste. Paste Und dann ist das gut. Ach, einen haben wir vergessen. Und hier noch einen hin. Und natürlich hier noch einen. Jetzt haben wir das auf dem Fall. Und ein bisschen leiser. So, hier haben wir so coole Crashes. Hier würde ich triolischen Delay drauf machen. Mach ich jetzt einfach mal in der Spur. Timeless. Zack. Hier und hier war das. Ne, hier. Nein, hier. Jawoll. Gucken wir mal, ob wir hier mit einem größeren Hal was anfangen können. Jep. Für das Klavier brauchen wir noch einen Hal. Dann nehmen wir vielleicht einen extra Hal. Gucken wir mal, was wir haben. Würde ich sagen, den hier. Der hat so Epic irgendwas. Ähm, Musical. Ach, hier. Probieren wir einfach mal. Volle Pulle. Wet. Machen wir unser Piano. Hier ist unser Piano. Geht gut lang. Ich würde sagen, das hier schicke ich auch vielleicht mal ins Delay rein. Okay, was mir aber echt immer noch ein bisschen zu träge. Daher kommt es in die Pads. Deswegen, ähm, probiere ich doch nochmal was, was ich heute eigentlich vielleicht besser lassen sollte. Und zwar, ich experimentiere. Ging ja bisher immer gut. Ähm, Gruppe 4. Ist das da. Und, ich weiß nicht, ein Filter vielleicht. Und zwar erstmal vielleicht ein Low Cut, um überhaupt, die habe ich noch gar nicht Low gecuttet, ne? Ist auch nicht unbedingt nötig, aber vielleicht kriegen wir damit noch ein bisschen mehr Freiheit, Freiraum. Alles klar. Ja, dann zweiter Filter. Machen wir daraus einen, äh, Low Cut. Ja, genau. Einen High Cut meine ich. Low Pass. Ähm, und, ich weiß nicht, ich probiere... Und, ich weiß nicht, ich probiere... ein LFO. Sagen wir... vier Steps. Ich möchte eine Fahrt von unten nach oben haben. Also, vielleicht irgendwie... sowas in der Richtung. Nehmen wir mal Step 1. Und nicht sinusförmig, sondern linear. Heißt, wir haben hier eine Linie zwischen den beiden. Hier auch noch linear. Hier auch noch. Ja, und hier gehen wir auch... linear runter. Ja, wobei, hier können wir auch... Ja, hier gehen wir square. Okay. Dann lassen wir den wirken auf den... auf den Cut-Punkt, also auf die Cut-Frequenz. Oh, keiner vom Eis klipp. Okay, wir müssen das synken. Sagen wir mal, vielleicht auf zwei ganze Takte. Und wir können eigentlich auch auf die Resonanz wirken lassen. dass, je höher die Frequenz wird, desto höher die Resonanz. Mal sehen, wie es im Ding kommt. Die verschwinden jetzt wahrscheinlich ein bisschen mehr, ne? Wir müssen da auch den Hall durchschicken. Aber den Hall benutzen wir noch für andere Sachen. Naja, egal. Probieren wir einfach mal. Ähm, ich nehme den Hall. Was ist jetzt hier mit den Sands passiert? Ah, ein kleiner Bug. Ähm, ich nehme den Hall und schicke ihn auch in die Gruppe rein. Ich verzögere diese ganze Kurve mal ein bisschen nach rechts. 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 links in einem anderen Timing wirken lassen als rechts. Das macht man hier. Ich probiere mal einfach, was dann passiert. rechts. links. Ja, ich glaube, das machen wir. Neue Modulationsquelle. LFO und diesmal lassen wir den Sinus. Wir machen mal, ich bin nicht sicher, was wir da jetzt brauchen. Ich glaube, 4 für einen kompletten Takt oder so. Oder 4 Takt, ich weiß es nicht. Wir packen den hier auf, was haben wir gesagt, auf genau Panorama. Nicht ganz so viel, gucken wir mal, was passiert. Wir können irgendwie den Hall so ein bisschen quasi faken, wenn wir, wo waren wir, Gruppe 4, wenn wir das mal, Padgruppe, wenn wir den Mix nicht auf 100% machen, sondern ein bisschen weniger. Das ist noch ein bisschen, wenn der Filter zu ist, auch von einem Original-Signal durchkommen, das klingt dann wie so eine Art Halle wahrscheinlich. Was ist, wenn man das Ganze doppelt so schnell filtert? Das gefällt mir noch nicht so wirklich. Ich mache hier tatsächlich mal nochmal unser triolisches Delay rein. Und dann machen wir hier nicht 100% Mix. So. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich finde, das Klavier können wir noch ein bisschen auffrischen. Untertitelung des ZDF, 2020 Abschließend vielleicht noch kurz die Snare. Da wollte ich nochmal gucken, ob ich mit dem EQ noch ein bisschen mehr Bums reinkriege. Ich finde, das Klavier können wir noch ein bisschen mehr Bums reinkriegen. Eine Idee habe ich auf jeden Fall noch und zwar den Bass ein bisschen anzuzerren, dass wir den besser wahrnehmen. Ich glaube, wenn der noch ein bisschen Verzerrung hat, dann wird alles sehr, sehr gut. Okay, cool. Ja, dann ist er zu fett. Deswegen nehmen wir lieber Clean. Ja, dann ist er zu fett. Wenn ich nochmal drüber geschlafen habe und hier ein paar andere Sachen gegen gehört habe, habe ich entschlossen, nur noch auf dem Master was zu tun und zwar einmal einen EQ und einmal einen Kompressor. Beim EQ booste ich ein klein wenig um 150 Hertz als Low Shelf. Ich booste relativ viel um knapp 5 Kilohertz für die Präsenz und ich booste noch ein bisschen Top End ab 5 Kilohertz mit einem High Shelf. Nicht so viel. Dann ein Low Cut. Der Low Cut hat so ein bisschen eine Resonanz. Der verstärkt noch so ein bisschen, ich weiß auch nicht, den Punch-Bass-Bereich würde ich sagen und lässt das Ganze ein bisschen sauberer erscheinen. Und hier der High Cut, der ist glaube ich nur für als psychischer Effekt hier auf 40 Kilohertz. So, dann haben wir hier noch den Kompressor. Der komprimiert mit einer relativ langsamen Attack und auf Auto-Release. Ich habe hier einen Low Cut in den Sidechain gesetzt, so dass er auf die Kickdrum nicht so extrem reagiert, sondern eher auf alles ein bisschen gleich. Der komprimiert wirklich nur, ich weiß auch nicht was das ist, 1 Dezibel, 2 Dezibel und klingt so. Wobei momentan tendiere ich sogar wieder dazu, den rauszunehmen. Ich hatte den drin, weil ich so ein bisschen Verzerrung hier in Oxford bekommen hatte. Aber nachdem ich, ich habe glaube ich irgendwann auch Bandsplit noch eingestellt. Vermutlich sind dadurch die Verzerrungen ein bisschen weniger geworden. Deswegen kann ich den hier fast rauslassen. Ich überlege, ich glaube ich lasse den erstmal raus. Hier, wie gesagt, das können wir auch mal A, B hören hier. Hier, wie gesagt, das ist alles aus. Was ich danach gemacht habe, ist in der Padgruppe noch einen Vitalizer rein und zwar, weil ich noch mehr Trennung zwischen Piano und Pads haben wollte oder zwischen Pads und dem Rest, habe ich hier das Stereo-Basis-Bild noch breiter gemacht, als es eigentlich schon war. Wir hören nochmal den Unterschied zwischen dem Premix. Ich finde nicht, dass mein Mix besser geworden ist oder so. Er ist ein bisschen entspannter. Ich glaube, das Ziel haben wir einigermaßen erreicht. Er ist aber, also ich habe auch hier lautstärkemäßig ziemlich hart gepusht, würde ich sagen. Wir hören uns einfach mal den Unterschied an und ihr könnt euch dann eure eigene Meinung bilden. Ich hoffe, wie gesagt, einer der Tricks, die ich da vielleicht ausprobiert habe, hat euch in irgendeiner Form inspiriert für irgendwas Cooleres, als ich es geschafft habe. Und wir sehen uns dann im nächsten Video in der nächsten Reihe oder wo auch immer. Ich wünsche euch was. Video in der nächsten Reihe oder wo auch immer. Radio in der nächsten Reihe oder wo auch immer. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.